Hallo und herzlich willkommen. Jetzt kommen die zehn häufigst gestellten Fragen an mich über das Thema HPV und HPV-Impfung. Erste Frage. Wie stecke ich mich überhaupt mit HPV an? Zu über 90 Prozent ist das der sexuelle Kontakt. Dabei natürlich der normale Verkehr, aber auch Oralverkehr und auch Analverkehr können dazu führen, dass du dich mit HPV ansteckst. Und es ist damit eine der häufigsten sexuell übertragbaren Krankheiten auf der Welt. Seltener ist die Schmierinfektion durch kontaminierte Gegenstände etc. Also Hauptursache bei einer Infektion ist der sexuelle Kontakt. Zweite Frage. Was hat HPV jetzt eigentlich genau mit Krebs zu tun? Unter den HP-Viren gibt es bestimmte Typen, sogenannte High-Risk-Typen, die ein Potenzial haben, unsere Zell-DNA zu ändern und entsprechend auch Zellen zu verändern und zur Entartung zu bringen, sprich Krebs zu erzeugen. HPV ist damit ein großer Risikofaktor für Gebärmutterhalskrebs, aber auch Analkarzinom, Peniskarzinom, Vulvakarzinom oder auch im Mund, Kiefer und auch Halsbereich ist HPV ein großes Thema. Es ist somit ein Risikofaktor für Krebs. Dritte Frage. Bedeutet jetzt, dass wenn ich HPV positiv getestet wurde, dass ich Krebs bekomme? Nein. HPV ist wie gesagt nur ein großer Risikofaktor, aber unser Körper hat die Angewohnheit, Viren zu eliminieren. Sprich, wenn du jetzt bei einer gynäkologischen Untersuchung rausbekommst, oh ja, ich hatte HPV oder ich habe HPV, dann ist erstmal keine Panik angesagt. Denn die Clearance, das heißt die Entledigung dieses Virus, liegt bei über 90%. Unser Immunsystem schafft es also zu über 90% diesen Virus auch wieder loszuwerden. Außerdem muss man dazu sagen, dass eine Persistenz von so einem Virus über Jahrzehnte fast erst zu einer Entartung führt. Wenn du jetzt also zum ersten Mal HPV positiv getestet wurdest, heißt das mit hoher Wahrscheinlichkeit noch nichts. Jetzt gilt es aber, das zu kontrollieren, dass dieser Virus eben auch wieder weggeht. Nächste Frage, wie kann ich mich vor einer HPV-Infektion schützen? Und jetzt muss man unterscheiden zwischen, wie kann ich mich akut schützen und vor allen Dingen, wie lasse ich es erst gar nicht dazu kommen, dass ich mich infiziere? Und das ist der wichtige und mächtigere Punkt, denn da haben wir einen riesen Hebel in der Hand und der heißt Impfung. Wir haben also die Möglichkeit, gegen viele HPV-Typen, die potenziellen Risikofaktor sind für Krebs, zu impfen. Sprich, wir haben auch indirekt die Möglichkeit, gegen Krebs zu impfen. Dafür gab es übrigens vor wenigen Jahren den Medizin-Nobelpreis, weil das einfach bahnbrechend ist. Wir haben zum ersten Mal einen Impfstoff, der potenziell vor Krebs schützen kann. Also ist das der wichtigere Part, sich vor dem ersten Geschlechtsverkehr nach Möglichkeit impfen zu lassen, als junges Mädchen und auch als Junge. Kommen wir gleich noch zu. Der nächste Punkt ist, wie kann ich mich akut schützen? Thema Kondome. Ja, Kondome bringen einen relativen Schutz, aber eben nicht 100 Prozent, denn Viren brauchen kleinste Hautverletzungen, kleinste Schürfwunden, nicht nur im Genitalbereich, sondern eben überall, um eindringen zu können. Sodass Kondome zwar einen gewissen Schutz bringen, aber eben keine komplette Sicherheit. Wie erfahre ich eigentlich, ob ich HPV-infiziert bin? Jetzt kommen die Gynäkologen ins Spiel, denn Frauen über 35 Jahre bekommen alle drei Jahre einen sogenannten Co-Test. Sprich, man macht einen Pappabstrich, das ist der normale Krebsvorsorgeabstrich, den ihr vielleicht auch schon kennt, plus eine HPV-Testung. Das wird von den gesetzlichen Kassen so übernommen und ist seit letztem Jahr politisch so umgesetzt, dass Frauen über 35 alle drei Jahre diese Tests bekommen. In der Zwischenzeit zwischen den drei Jahren geht ihr natürlich trotzdem zu eurer jährlichen Vorsorge, bekommt aber eben nicht diesen Abstrich. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, da habe ich meine ganz eigene Meinung zu, die soll die aber nicht interessieren. Frauen zwischen 20 und 35 Jahren bekommen den ganz normalen Pappabstrich, also diesen Abstrich, um die Zellen zu begutachten, die an eurem Gebärmutterhals sitzen, um zu schauen, sind die verändert. Ein HPV-Test ist nicht vorgesehen, außer ihr möchtet das gerne, dann könnt ihr das natürlich machen lassen, ist aber nicht die Leistung der gesetzlichen Krankenkasse und müsste dann von euch selbst übernommen werden. Nächste Frage, wichtige Frage, wer kann sich denn eigentlich alles impfen lassen? Ich bitte um Aufmerksamkeit. Und Mädchen und Jungen, das wissen einige immer noch nicht tatsächlich, zwischen 9 und 14 Jahren, in Klammern bis zum 17. Lebensjahr auch möglich, Klammer zu, sollten sich gegen HPV impfen lassen. Beiderlei Geschlechter. Nicht nur, weil die Männer auch Überträger sind von HPV, sondern eben auch, wir haben es erwähnt, Peniskarzinom, Analkarzinom, kann alles trotzdem auch den Männern passieren. Also bitte die Jungs und die Mädels impfen lassen, im Alter von 9 bis 14 Jahren. Große Empfehlung ist, vor dem ersten Geschlechtsverkehr, weil man dann eben mit hoher Wahrscheinlichkeit noch keinen Kontakt zu HP-Viren hatte und dementsprechend die Immunantwort gegen die möglichen HP-Viren-Infektionen sehr, sehr hoch ist. Die nächste Frage, die sich dann anschließt, die sehr, sehr häufig gestellt wird, kann ich mich denn auch impfen lassen, wenn ich schon älter bin, wenn ich schon Geschlechtsverkehr hatte oder aber auch, wenn ich in einer festen Partnerschaft lebe, sollte ich mich da impfen lassen, ja oder nein? Prinzipiell kann man sich in jedem Alter impfen lassen und medizinisch sinnvoll ist es zum Teil sogar. Es kommt ein bisschen drauf an, was habt ihr für Vorerkrankungen, welchen Lifestyle habt ihr, welche Promiskuität habt ihr. Hier kommt es so ein bisschen auf ein paar Faktoren an, aber prinzipiell kann es sinnvoll sein, sich auch älter gegen HPV impfen zu lassen. Es schwingt ein Aber mit, jawohl. Jetzt kommt das große Aber. Aber das wird dann nicht von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen, sprich es ist eine Selbstzahlerleistung. Was kostet der Spaß? So ein Impfstoff, wenn ich den jetzt in der Apotheke kaufe, kostet roundabout 150 Euro. Als erwachsener Mensch über 17 braucht man davon drei Dosen. Also haben wir schon mal 150 mal 3 plus die ärztliche Leistung, die dazu kommt für das Impfen. Man ist also mit gut 500 bis 600 Euro dabei. Das ist sehr, sehr teuer und deswegen muss man sich das auch gut überlegen. Impft die Frauenärztin auch die Jungen? Jawohl, jede Ärztin auf der ganzen Welt darf und kann impfen. Ob das jetzt die Kinderärztin ist, die Frauenärztin, die Hausärztin. Ihr könnt eure Tochter, euren Sohn bei jeder Ärztin dieser Welt impfen lassen. Verhindert diese Impfung Gebärmutterhalskrebs? Da muss man ein bisschen ausholen. Also, gegen diese Typen, die in so einem Impfstoff vereint sind, gegen die geimpft wird, wirkt dieser Impfstoff bis zu fast 100%. So eine große Wirksamkeit gibt es fast bei kaum einem anderen Impfstoff. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, sich mit einem Virus zu infizieren, der in diesem Impfstoff enthalten war, ist quasi null. Aber es gibt natürlich auch, und die Medizin ist immer weiter am Forschen, vielleicht auch noch andere Subtypen von diesen Viren, die trotzdem auch Gebärmutterhalskrebs auslösen könnten. Unabhängig davon gibt es auch noch andere Risikofaktoren für Gebärmutterhalskrebs. Kleiner Funfact, in Australien und anderen Nachbarländern werden die Schulkinder geimpft. Es wird ein Impfangebot gemacht an die Schulklassen vor dem ersten Geschlechtsverkehr. Und siehe da, die ersten Daten, die jetzt so nach ein paar Jahren rausgekommen sind, es gibt viel, viel, viel weniger an entarteten Zellen in den Krebsvorsorgeabstrichen bei den Gynäkologen. Heißt auch, in ein paar Jahren darauf wird es mutmaßlich viel, viel, viel weniger Gebärmutterhalskrebsfälle geben in diesen besagten Ländern. Sprich, wenn man das weiterdenkt, sind die Daten sogar so auszulegen, dass die Australier, Österreicher und noch ein paar andere vielleicht in mehreren Jahren gar keine Krebsvorsorge mehr brauchen bezüglich HPV. So mächtig ist nämlich diese Impfung. Ist die Impfung gefährlich? Verursacht sie Krebs? Macht sie unfruchtbar? Spulen wir zurück, nehmen wir dieses unfruchtbar, weil jeder Impfstoff, der irgendwie neu auf den Markt geschwemmt wird, wird erstmal unterstellt, dass er unfruchtbar macht. Es gibt auch hier überhaupt keine Beweise oder biologischen Hintergründe oder verständliche Erklärungen, warum auch dieser Impfstoff jetzt irgendwo unfruchtbar machen sollte. Machen wir einen Haken dran. Verursacht er Krebs? Man kann sich ja vorstellen, okay, ich impfe da jetzt irgendwelche Viren, die potenziell Krebs machen könnten, also könnte ja auch der Impfstoff Krebs machen. Ist ein logischer Gedanke, macht aber biologisch keinen Sinn, weil es ein Totimpfstoff ist. Es werden nämlich Viruspartikel benutzt, die sich nicht replizieren können. Das sind Totimpfstoffe, es sind einfach nur Fragmente von einem Virus, der unserem Immunsystem vorgelegt wird, wo unser Immunsystem checkt, oh, das ist fremd, ich baue Antikörper. Und wenn diese Viruspartikel auf einem echten Virus irgendwann mal an uns antreten, dann sind die Antikörper eben schon da. Also nein, er verursacht kein Krebs. Ansonsten gibt es natürlich auch bei dieser Impfung ganz normale Impfreaktionen, wie zum Beispiel Schmerzen an der Einstichstelle, eine Rötung, vielleicht auch eine Schwellung, Kopf- und Gliederschmerzen. Fieber ist sogar schon sehr, sehr selten, aber das ist alles als eine normale Impfreaktion anzusehen. Summa summarum habe ich euch jetzt voll gebombt mit vielen Fragen zum Thema HPV. Ich habe gemerkt, wie viele Fragen da kamen, als ich ein Instagram-Fragetool eingestellt habe und gesagt habe, fragt mich mal alles über HPV. Ihr findet die Antworten dazu in den Highlights auf meinem Instagram-Kanal, der heißt Richtig Schwanger. Und da könnt ihr auf jeden Fall auch nochmal vorbeischauen, falls euch eine Frage irgendwie offen geblieben ist. Ich denke, dort ist sie mit Sicherheit beantwortet worden. In dem Sinne, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen Informationen bieten. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Bis zum nächsten Mal und tschüss.